Hallo meine lieben Bird Rider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer neuen Folge Lorecore und willkommen zurück in der Welt von Fallout 4. Unsere Expedition durchs Commonwealth geht weiter. Es gibt noch unzählige Orte vor uns, die es noch zu entdecken gibt. Und heute werfen wir einen Blick auf die kleinen und unscheinbaren Parkview Apartments. Am Eingang der Parkview Apartments begrüßt uns gleich mal ein Super Mutant gemeinsam mit einem Geschützturm. Am Boden neben ihm liegt ein toter Raider. In der Umgebung sind Stimmen einiger anderer Raider und auch Super Mutanten zu hören. Kam es hier etwa zu einer Konfrontation zwischen den beiden Gruppen? Im Inneren des Gebäudes hängen gleich mal einige Leichen von der Decke aufgespießt auf Haken. Ein typisches Anzeichen für die typischen Raider, die man im Commonwealth so vorfinden kann. Schon komisch, dass sich unter den verschiedenen Raiderbanden des Commonwealths irgendwie hier so derselbe morbide Dekorationsstil durchgesetzt hat. Aber gut. An einem Schreibtisch, an einer Art Rezeption, finden wir außerdem einige Drogen. Damit können Super Mutanten in der Regel nicht viel anfangen. Insofern dürfte es sich hier ganz eindeutig um ein Raiderlager gehandelt haben. In der Haupthalle, die relativ leer ist, hören wir allerdings auch schon Kampfgeräusche. Nehmen wir mal den Aufzug nach oben und machen uns ein besseres Bild. Oben erwartet uns ein wirklich schreckliches Bild. Haben Raider hier ihre Opfer gefoltert? Waren sie an Informationen interessiert oder haben sie diese grausamen Taten nur zum Spaß durchgeführt? An der Tür hinter dieser Leiche sind Schusslöcher und ein großer Blutfleck. Dieser Siedler hier wurde wohl exekutiert. Aber wir finden hier auch einige tote Raider. Sie haben wohl ihre Strafe für ihr Handeln schon erhalten. Überall in diesem Gebäude finden wir schwer verletzte Körper toter Raider. Ein wahres Massaker, das hier stattgefunden haben muss. Diese Raiderin hier oben wurde wohl überrascht. Sie ist im Sitzen gestorben. Aber die Angreifer kamen doch anscheinend von unten nach oben ins Gebäude oder etwa nicht. Vielleicht war sie einfach auf Drogen oder vollkommen weggetreten. Der Geschützturm neben ihr ist noch intakt. Neben diesem Geschützturm finden wir die Leiche eines Supermutanten. Wie viele Supermutanten dieses Lager überfallen haben ist nicht ganz klar. Aber alle Raider mit all ihren Waffen und all ihren Geschütztürmen haben es nur geschafft ein einziges dieser großen grünen Monster zu besiegen. Auf dem Dach geht der Kampf der Raider und der Supermutanten wohl noch weiter. Sieht so aus, als würde eines der Geschütztürme hier oben den Supermutanten helfen. Hatten die wirklich so viel Zeit hier oben ein Geschützturm zu installieren? Ist der Überfall auf das Gebäude, das wir gerade durchsucht haben, etwa schon etwas länger her? Und wollten die Raider, die nun vom Nachbarhaus aus angreifen, ihr Gebäude hier zurück erobern? Und haben sich diese Supermutanten hier wirklich von unten nach oben durchgekämpft? Und war der eine Supermutant unten an der Haustür die Wache? Zeitlich ist das alles für mich ein bisschen schwer in einen Kontext zu bringen, aber gut. Vom Dach aus können wir noch ein weiteres Gebäude mit dem Namen Wohnhaus betreten. Hier erwartet uns ein überaus bizarrer Anblick. Menschliche Köpfe wurden hier als dekorative Objekte an Türen aufgespießt. Die beiden Raider, die wir hier drin überrascht haben, haben eine Leiche unter ihrem Bett aufbewahrt und menschliche Köpfe befinden sich im Kühlschrank der beiden. Handelt es sich bei diesen Raidern um Kannibalen, Necrophile oder einfach nur verrückt gewordene Junkies mit morbidem Interesse. Auch hier in diesem Nebengebäude haben sich scheinbar einige Raider eingenistet. Und wie so oft haben diese wohl nie die Vorkriegsleichen weggeräumt. Ein etwas seltsames Phänomen, das wir überall in den Fallout-Welten bewundern können. Aber gut. Hier ist wohl ein Vorkriegspaar gemeinsam auf der Couch vor dem Fernseher gestorben. Und hier haben wir ein Vorkriegsskelett, das mit einem Buch in der Wanne verstorben ist. Zumindest ein entspanntes Ende für diese Vorkriegsperson. Die Raider waren hier wohl tatsächlich über mehrere Häuser und Wohnungen verteilt. Sie haben Hochwege über mehrere Dächer hinweg erbaut und hatten so mehrere Eingänge und Fluchtwege zur Verfügung. Und von oben eine ziemlich gute Übersicht über das umliegende Land. Eigentlich keine schlechte Basis. Aber im Commonwealth scheinen deine Vorkehrungen und mögen sie noch so gut sein, nützlos zu sein, wenn eine hungrige Horde Supermutantenjagd auf dein Fleisch macht. Unten auf den Straßen um das Gebäude herum befinden sich noch einige weitere Supermutanten. Hierbei handelt es sich wohl entweder um einen groß angelegten Raubzug oder – die Supermutanten haben hier in der Nähe vielleicht sogar ihr Lager errichtet. Aber die Umgebung schauen wir uns ein andermal genauer an. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst bitte nicht es zu liken, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt und eure persönlichen Geschichten, Erfahrungen und Meinungen zu den Parkview Apartments und diesem Video könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr den Kanal auch sehr gerne auf Patreon mit einer kleinen monatlichen Summe unterstützen. Aber auch über kleine Trinkgeld über PayPal freue ich mich natürlich sehr. Hilft mir alles total dabei, den Kanal weiter betreiben und auch ausbauen zu können. Vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut bis dann und mögen die Tentakel mit euch sein. Ciao. Ciao.